Ich weiß genau, was Sie jetzt denken. Ui, jetzt wird's laut. Der Onkel Hassknecht brüllt wieder rum, bis ihm die Aorta platzt. Aber da muss ich Sie enttäuschen. Ich sage, der Mann hat einen würdigen Abschied verdient. Natürlich reden wir von der schlimmsten Fehlbesetzung seit Til Schweiger in dem Film... Ach, in jedem seiner Filme. Natürlich reden wir von einem, der einfach nicht kapiert, wann Schluss ist. Dass ihn keiner mehr sehen will. Trotzdem, warum diese Häme, dieses Nachtreten? Herrgott, gönnt ihm doch die Rente. Das zumindest schulden wir Thomas Gottschalk. Äh, gern not? Was? Es geht nicht um Thomas Gottschalk. Es geht um Christian Wulff. Um wen? Christian Wulff. Kenne ich nicht.